Jörgstadt ist eine Landstadt im sächsischen Erzgebirgskreis. Geografie Jörgstadt liegt im Erzgebirge unmittelbar an der Grenze zur Tschechischen Republik, in die man über zwei Grenzübergänge für Fußgänger gelangt. Der eine führt von der Stadt ins Tal des Schwarzwassers nach Tschernipotok, der andere liegt im Tal der Presnitz und führt vom Ortsteil Schmalzgrube nach Kröstofowihamri. Ortsteile Grumbach mit Neugrumbach, Oberschmiedeberg, Schmalzgrube, Steinbach Geschichte Jörgstadt wurde 1513 auf der Flur des schon 1386 erwähnten Waldhufendorfes Goswinsdorf gegründet. 1555 wurde der Ort als Bergstädtchen und 1591 als Flecken bezeichnet. 1518 erhielt der Ort die Bergfreiheit 1655 Dekasekunden Stadtrecht, durfte aber erst ab 1791 eigene Steuern erheben. Jörgstadt gehörte bis 1856 zum Amt Wolkenstein. Am 3. Oktober 1990 lebten in Jörgstadt 3820 Einwohner. Folgende Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember des voranstehenden Jahres. Quelle Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsenpolitik Gemeinderat Seit der Gemeinderatswahl am 25. Mai 2014 verteilen sich die 16 Sitze des Gemeinderates folgendermaßen auf die einzelnen Gruppierungen. CDU 6 Sitze Für UNNRE Hamid 5 Sitze Aktives Oberes Pressnitzdal 3 Sitze Freie Wähler Bürgerforum 2 Sitze Im ältesten bekannten Ortssiegel von 1553 sind eine Tanne und Köhler Gerätschaften abgebildet. Die Zahl 1655 kennzeichnet das Jahr der Verleihung des Stadtrechtes. Das Wappen weist auf Silberfunde in dieser Gegend die Tanne mit den Geräten auf rege Kohlenbrennerei hin. Beschreibung In Gold ein blau gegürteter Knien der Engel in silbernem Gewand und silbernen Flügeln hält die beiden blauen Wappenschilder. Diese zeigen vorn gekreuzt ein goldenes Schlegel und Eisen hinten eine grüne bewurzelte Tannen. Schräg gekreuzt gelegte Schürhaken und goldene Köhlerhake. Im Schildfuß die Jahreszahl 1655 Städtepartnerschaften Welden, Bayern, Ohlsberg, Nordrhein-Westfalen, Gutach im Breisgau, Baden-Württemberg, Ebelsbach, Bayern. Kultur und Sehenswürdigkeiten Auf der acht Kilometer langen Strecke von Jörstadt nach Steinbach verkehrt auf einem Teilstipp der ehemaligen Schmalspurbahn zwischen Wolkenstein und Jörstadt seit 1993 eine Museumsbahn, die Pressnitz-Dalbahn. In Schlössel befindet sich die Ausstellungs- und Fahrzeughalle der Pressnitz-Dalbahn. In dieser Multifunktionshalle werden zwischen Mai und Oktober regelmäßig Ausstellungen gezeigt. Eine Dauhausstellung ist der Pressnitz-Dalbahn gewidmet. Es finden weitere thematische Veranstaltungen statt. Bauwerke Sankt-Salfator-Kirche in Jörstadt mit außergewöhnlichem Alter und historischer Orgel. Alter Schmelzofen im Ortsteil Schmalzgrube Zeugnis des Eisenbergbaus Kur-Sächsische Postmeilensäule und königlich-sächsischer Stationstein am Markt vor dem Rathaus Zwischen den Ortsteilen Steinbach und Schmalzgrube befindet sich am westlichen Berghang des Pressnitz-Tales das Besucherbockwerk. Andreas Gegentrum Stollen, dessen Name sich von seiner Lage gegenüber dem Andreas Stollen ableitet. Am Besucherbergwerk befindet sich ein Haltepunkt für die Schmalspurbahn Wolkenstein Jörstadt. Das Montangebiet Jörstadt ist eine ausgewählte Stätte für die vorgesehene Kandidatur zum UNESCO-Welterbe Montanregion Erzgebirge. Wirtschaft und Infrastruktur In Jörstadt befindet sich einer der größten Windenergieparks in Sachsen. Haupterwerbszweige sind die klein- und mittelständische Industrie und der Tourismus. Auf dem ehemaligen Gelände der Fabrik von EC. Flader Feuerlöschgeräte Fabrik werden heute durch die Firma PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH noch immer Feuerlöschpumpen hergestellt. Die Stadt liegt an der Landesstraße 265. Im Jahre 1892 erhielt das bis dahin abgelegene Jörstadt mit der Schmalspurbahn Wolkenstein Jörstadt einen Eisenbahnanschluss. Nach der Einstellung des Verkehrs auf dem letzten Teilstipp bis Jörstadt 1984 wurde die Strecke zunächst abgebaut. Nach der politischen Wende begann der Wiederaufbau der Strecke. Der 2000 begonnene Museumseisenbahnbetrieb durch Schmalzgrube nach Steinbach an Wochenenden mit Dampflokomotiven, trägt seitdem maßgeblich zur touristischen Bedeutung der Region bei. Die Stadt Jörstadt ist dabei seit 1994 Dickersekunden konzessionierte Eisenbahninfrastrukturunternehmen für die Schmalspurbahn. Die Anbindung an Annaberg-Buchholz und weitere Nachbarorte wird heute täglich mit den Linienbussen der Regionalverkehr Erzgebirge sichergestellt. Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Gemeinde Johann Andreas Kramer Schriftsteller und Theologe, Friedrich Lindemann Pädagoge und Philologe, Franz Alexander Maschke konservativer Politiker, MDL, Christine Mayer Politikerin.